Wenn Sie in der Seite da stehen, dann sind Sie in der Seite wieder hinein. One, two, three! Ringe! Ich kenne Sie sich hierüber. Die Ringe ist noch da ... Dann hab ich ein Freund. Würdet Sie, dass Sie hier in Ruhe jetzt und ein bisschen speicheln, Schlaue ... Was seien Sie in der Sintetasche, wenn Sie es kennen, wie es für mich, Und nun nehmen Sie Platz, bitte. Ja, gut. Nehmen Sie dann der Platz, bitte sehr. Wie geht's? Entschuldigung. Entschuldigung, Sie. Entschuldigung, Sie. Entschuldigung, Sie. Entschuldigung, Sie. Entschuldigung. Es ist ein schönes Gefühl. Sie haben mich hier. Wenn Sie einen Geld an, Sie haben Sie. Sie haben Geld. Es ist ein Sinn. Es ist ein soziales Case. Hier, wir haben nur Ihre Tickets. Wo ist Ihr Geld? In Hause. Das ist alles, was Sie haben. Ich habe einen Chat. Niemand ist perfekt. Ich empfehle das. Danke. Vielen Dank. Danke. 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 Jetzt werden wir hier. Ich bitte Sie um Folgendes. halten Sie Ihre Uhr mit Ihrer Hand fest. Nicht so, pardon, mit der rechten, nein, falsch, mit der rechten von oben die Uhr so festhalten, so, zu spät, merci, ciao, ciao, haben Sie gelernt, wie die eröffnete, nein, das ist eine sehr schöne, eterna, medicine, wunderbar, meine Damen und Herren, ja, ich werde jetzt probieren, die Uhr von dem Herrn noch einmal zu nehmen, ohne dass Sie etwas merken. I will try for our friends here to steal your watch once again without you knowing it's, falls Sie etwas merken, sagen Sie stopp, gut, wie werden Sie sagen, falls Sie etwas merken, Sie sprechen gut Deutsch, aber gut festhalten. Gentlemen, I am coming in a moment, ne? Gut, hier drinnen haben Sie, pardon, haben Sie einen Kugelschreiber, was haben Sie in Ihrer Gesäßtasche, festhalten, eine Gseifel, die haben Sie hier, die kenne ich schon, und haben Sie in der richtigen Gesäßtasche auch festhalten oder nicht, hier haben Sie den Schlüsselpult wahrscheinlich, nein, ein Strähl, das ist ein Strähl, und in der Gesäßtasche, und in der Gesäßtasche haben Sie das Portemonnaie, pardon, was haben Sie, haben Sie den Schlüsselpult hier vorne drinnen, ich stehe Ihnen rein, die siebte Tasche, die 2Ls geht, wie gut da, ja, haben Sie Ihre Uhr noch, mein Herr, oder nicht? Schauen Sie mal, bitte sehr, bravo, ich gratuliere, you beautiful. Sehen Sie, ich habe Ihre Uhr, ich gehe mich vielleicht so rüber, dass Sie alle noch sehen, ich habe Ihre Uhr zweimal genommen, Portemonnaie ist weg, wo ist der Schlüsselpult, wo ist der Strähl, alles hat eine Partnerin, was sagen Sie dazu, die klauen auch, wenn Sie um viele Uhr rechnen, danke, natürlich, so, genau, guter Schei, ja, 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 wie geht es mir, danke, eine Frage, also mit der Uhr, heilig schon das Vergnügen gehabt, glaube ich, wo ist jetzt Ihr Stockbonnet, haben Sie das rechts oder links, in der Tasche gelb, Uhr ist schon weg, darf ich beruhigen, hat zugeknöpft, sind Sie Thurgauer, und sagen Sie mir, was haben Sie in der Vordertasche hier, haben Sie, Billi, haben Sie auch Autoschlüssel, dürfen Sie noch Autofahren, ja, bitte geben Sie mir Ihre Briefe, das ist hier, die Uhr sind nicht auf, wie spät haben Sie jetzt, lügen Sie mal, jetzt lügen Sie mal, die Uhr ist hier, kennen Sie das Geld, und dann, wie ist die Briefe, Herr Superman, die Name, pardon, mein Herr, mein Herr, haben Sie alles, Brüder, wo ist die Briefe, schauen Sie nach, bitte, aus der Nase, nach der Brüder, bitte, genau, bitte, genau, ja, hüni, jetzt nicht nichts, was Sie tun, ich sage Ihnen, sehr, sind Sie, bitte, xes, in Ihnen, in Ihrer letzten interior Ort, und Sie haben keinen cash money, Sie denken, ich kann Ihre Hüfte rein, oder nicht, oder nicht, ich kann Ihnen Zigaretten mit Ihnen, und in Ihrer letzten interior, was Sie haben hier? Get me out some money incase you have got something on you. You have got cigarettes, hashish, or a phone in French probably. Check, 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 check the dressing. And what do you miss out of? You have some important things with you or not. Have a look. Hier, in der Mitte, ist es einfach nur ein Papier. Ihr Wart ist noch okay. Alles funktioniert wie es. Es ist nicht einfach. Ich habe einen Slide. Excuse me, Sir. Hier, in der Mitte, ist es einfach nur ein Papier. Hier, wo es noch etwas ist, ich werde das in der Mitte. Wo ist das Papier? Das Papier, hast du in dir in die Hand? Nein, es ist da. Es ist dir, Sir. Du hast wahrscheinlich etwas in deinem Seite. Mami. Danke!